Musik Musik Als Erste in unserer neuen Rubrik stellt sich vor, ihr Tennisverein Vechta Herzlich Willkommen und frohe Ostern vom Tennisverein Vechta Wir sind heute hier beim Saisoneröffnungsturnier Ein Jucksturnier für Alt und Jung Parallel spielen hier viele Kinder Anfänger versuchen sich beim Schnuppertennis unter professioneller Anleitung und das alles bei grandiosem Sommerwetter Der Tennisverein Vechta existiert seit 70 Jahren hier in der Kreisstadt Wir haben heute rund 370 Mitglieder die alle fleißig dem schönen weißen Sport hier in der Kreisstadt frönen Wir sind ein Breitensportverein machen aber auch viele, viele Punktspiele wichtig beim Tennis ist es ist ein Sport den man von 5 bis 85 Jahren betreiben kann Wer den Tennissport mal ausprobieren möchte der ist hier herzlich willkommen Ab Mai bieten wir jeden Dienstag und Donnerstagabend Schnuppertrainingstunden unter professioneller Anleitung an das Ganze ist kostenlos und kann wie gesagt mehrfach einfach probiert werden und dann einmal über die Leiste genau Arm angewinkelt nachher fireplace sagen an sage das Ganze ist 2 3 2 3 Informationen dazu gibt es auf unserer Webseite www.tv-fechter.de